Bei einer Feierstunde im Alten Landtag in Oldenburg wurden 43 Sportlerinnen und Sportler sowie Organisatoren von Sportveranstaltungen der niedersächsischen Polizei geehrt. In zwölf Sportarten wurden die Polizeisportler dabei von Innenminister Boris Pistorius mit Urkunde und Ehrenmedaille ausgezeichnet. Neben den etablierten Sportarten Judo, Juezu, Leichtathletik, Marathon und Rudern waren auch Aktive aus exotischen Sportarten wie Speedwindsurfen und Fallschirmspringen vertreten. Zur Sportlerin des Jahres wurde Polizeikommissaranwärterin Lea Püschel von der Polizeiakademie Niedersachsen gewählt. Der Sportler des Jahres ist Polizeikommissaranwärter André Breitbart von der Polizeiakademie Niedersachsen.